Na, it's time to play Skills Special Force 2 mit Maru und der Community. Hallo! Hallo! Wir spielen Ryokan Sigijan. Kenn ich gar nicht die Map. Doch, oder? Achso, da warst du nicht dabei, aber das ist immer das erste Video. Die beste Map aller Zeiten. Ich bin ja ein paar andere Videos davor. Double kill! Mit ein double nade, uuh. Granate in Deckung! Granate fliegt! Sind sie schon drin? Ich bin tot. Oh, da ist er! Jetzt mit der bunten Sniper hat er gar keine Chance mehr mit seiner Waffe. Mit dem Double Diamond Spieler. Und dem auch einen. Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Sind ja die üblichen Verdächtigen mit dabei, das Alex IP, Sophie, dann Nirvana ist ja West Coast. Frontailer kenn ich auch. Wexar. Also ich kenn bestimmt auch die anderen, aber das sind so die Namen, die mir grad einfallen. Wie kann man deinen Namen ganz bunt machen? Keine Ahnung. Wie lustig wäre, wenn du einen roten Namen hast und dann gelb machst, dass du dann Hälfte Rot, Hälfte Gelb, wenn du dann grün noch dazu machst, ein Drittel und so. Oh, Bexar hast du die ablenken lassen. Ja stimmt, hier X-Bass-Busser, ich hab' immer wieder Farbe einzeln gekauft, ich hab' jeden Buchstaben eine extra Farbe gekauft. Rotes X. Und nicht so rotes B. Lass mich raus aus dem Haus! Herobus Sniper, come on! Rechts! Äh, die Pistole macht aber auch so wenig Schaden, also die Pistole kann man echt nicht gebrauchen. Eher nur zum Finischen da, wenn der Google nicht ganz reicht. Feindbewegung geoutet. Behaltet sie im Auge. Ja, ab hier kommen die Gegner entgegen. Mann am Boden! Komm Wexar! Der schwenkt, der schwenkt, der schwenkt im Auge. Werfe Granate! Werfe Granate! Sie sind eliminiert! So. Dieser eine Armbrust sieht aus wie so'n Fleischklumpen. Okay, einer sitzt jetzt schon im Seizure-Raum. Wo ist der Seizure-Raum? Direkt am Anfang, da wo das Ding ins liegt. Granate fliegt! Granate fliegt! Wo? 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 Durch die Wand? Ja, durch die Scheibe. Deck mal unten den Raum mit der Katze, also da wo du grad warst, damit ich nicht von hinten erschossen werde. Okay. Der ist einer. Der ist... Der Armbrust-Typ hier. Hast du? Ja. Ja. Ähm, einer kommt jetzt von unserer Basis in den Seizure-Raum hoch. Ach, das könnte der letzte sein, glaub ich. Ist der letzte? Ne, AfKar. AfKar ist einer von unseren Gewesen-Lichtgörter. AfKar? Okay. Ja, wenn die da schreiben, glaub ich das. Wo ist der Abgabe-Punkt? Hier hinten, glaub ich. Hier mal messern, lass mich hier mal messern. Hi! Alice SP! Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Alle. Ist er weg? Äh... Ja. Also ich hab ihn in den Kopf gemessert und sie sind in seinen Helm weggeflogen. Boah, das war ne miese Granate. Ist der Flashbang? Ja, Flashbang auch in dem Spiel wieder. Ich hasse Flashbangs, wenn sie Bild und Ton wegmachen. Nein, die alten CS Flashbangs haben nur Bild weggemacht, ne? Ich nehme nur die gegnerische Basis, aber nicht den Weg zum Flaggenraum. Äh, Rollenraum. In welchen Flaggenraum meinst du denn? Ja, die Rolle. Das ist der Klassenraum. Ist direkt in der Basis rechts, also da. Rechts ist noch einer. Achso. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Jetzt direkt rechts und in die Treppe hochgehen. Ist aber schon da. Okay. Freitbewegung geoutet. Wer haltet sie im Auge? Oh ja. Die Ruschen schon? Sind schon welche drin? Werfen, 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 werfen Mili, gehst du noch? Nee. Gib mir Deckung, lade nach! Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Map ist nicht so beliebt. Zielobjekt lokalisiert. Grünes Licht. Zugriff. Werfen Granate! 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 Da ist mir zwei Granate ins Gesicht. Oh nein. Da passt nix mehr jetzt. Okay. Oh, oh, ich bin blind. Gib mir Deckung, lade nach! Bei hinten! Hinter uns! Du haste sechs HP! Wir haben das Zielobjekt gesichert. Händchen an und hier Robo-Sniper. Das ist nur Sophie. Er kommt durch! Mission erfolgreich. Das Zielobjekt wurde sichergestellt. Zielobjekt lokalisiert. Grünes Licht. Zugriff! Das ist wie angreifen, genau. Werfen Granate! Oh, haben wir eine Granate umgeflogen? Au! Granate fliegt! Granate in Deckung! Granate fliegt! Werfe Granate! Granate fliegt! Der ist tot. Okay, ein Gegner noch. Werfe Granate! Granate fliegt! Nirvana. Der Sniper. Der Sniper. Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Zielobjekt lokalisiert. Grünes Licht. Könnte die letzte Runde werden? Werfe Granate! Granate fliegt! Granate fliegt! Werfe Granate fliegt! Der Sniper. Ah! Aber so verwischt. Ja, Leute, wenn ihr auch mal in den Community-Runden bei Skilled dabei sein wollt, dann schaut es euch doch einfach an. Link ist in der Videobeschreibung. Community-Runden kommen öfter. Und alle Leute, die wirklich hier dabei sind, sind auch Leute von uns, ob Freundesliste oder im Clan. Und das ist echt cool, dass... Werfe Granate fliegt? Die Community-Runde ist ja schon vierte, fünfte oder so. Und die Lobbys sind immer voll. Zack! Mit meiner Waffe! Achso, jetzt ist die Blink zu seltsam? Ja. Zielobjekt lokalisiert. Grünes Licht. Zuge! Den Skin hat er mir ja geschenkt. Achso! Oder, oder? Ganade! Oh, Granate! Er will Granate, Granate! 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 Granate fliegt! Granate in Deckung! Oh. Und wie schrecken wir, was ist denn? Na? Oh! Was? Oh. 1000 oder? Oh, schöne Granate. Die erste zumindest. Mission erfolgreich. Ja, das war eine gute Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.